Und das Zeichen aufwischen. So, es ist der vierte Advent. Ich übe Adventslieder und singe Adventslieder. Das ist der zweite Durchgang. Und weil es so schön ist. Wir sagen euch an, den lieben Advent. Seht, die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an, eine heilige Zeit. Machet den Herrn den Weg bereit. Freut euch, ihr Christen. Freut euch sehr. Schon ist nahe der Herr. Wir sagen euch an, den lieben Advent. Seht, die zweite Kerze brennt. So nehmt euch eins und das andere an. Wie auch der Herr hat uns getan. Freut euch, ihr Christen. Freut euch sehr. Schon ist nahe der Herr. Wir sagen euch an, den lieben Advent. Seht, die dritte Kerze brennt. Nun tragt eure Güte, Herrenschein. Seht, die dritte Kerze brennt. Weit in die dunkle Welt hinein. Freut euch, ihr Christen. Freut euch, ihr Christen. Freut euch sehr. Schon ist nahe der Herr. Wir sagen euch an, den lieben Advent. Seht, die dritte Kerze brennt. Gott selber wird kommen. Er zögert nicht. Machet dem Herrn auf, auf ihr Herzen und werdet Licht. Freut euch, ihr Christen. Freut euch sehr. Schon ist nahe der Herr. So. Da kann ich aber auch nur ohne Metronom die rechte Hand. Ich kann das Ganze nur auf der linken Hand. Die Bibel habe ich aber keinen Bock zu. Es geht um Maria durch ein Dornwald. Ich habe angefangen, das Ganze mit Metronom zu üben, ganz langsam in der rechten Hand. Damit mache ich jetzt auch weiter, dass die rechte Hand schon Schmerze. So. Zwei, zwei, drei. Musik i hoch ange ist auch Montag name am Maria durch ein Dorn, bald in der Haar, in sieben Jahren kein Laub getragen. Jesus und Maria. Gott, um Maria, unter ihrem Herzen, Kyrie eleison. Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, das trug Maria unter ihrem Herzen. Jesus und Maria. Das war, da ging es zu spät, weiter. Das kommt davon, wenn man sich nicht vom letzten Ton löst. So, ich war jetzt dabei, dazu die linke Hand zu lassen. Ich versuch's aber nochmal mit der dritten Strophe. Zwei, drei, da haben die Dornen Rosen getragen. Kyrie eleison, als das Kinderlein erhängt bald. 1, 2, 3, da haben die Dornen Rosen getragen. Kyrie eleison, als das Kindlein durch den Wall getragen. Und da haben die Dornen Rosen getragen. Jesus und Maria. Jesus und Maria. Da, 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 da haben die Dornen Rosen getragen. Kyrie eleison. Kyrie eleison, als das Kindlein durch den Wald getragen. Da haben die Dornen Rosen getragen. Jesus und Maria. Kyrie eleison. So, jetzt kommt da meine absolute Traumstelle. Nämlich die linke Hand dazu. Ich hab den Anfang schon hingekriegt. Der ist jetzt zum Glück nicht ganz so schwer. So, es geht los mit einem Haar. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. I, I, G. I, 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 I. Ja, durch ein Donwald gehängt. War fast richtig. So, nochmal. Mach mir durch ein, durch ein Donwald gehängt für die Erlösung. Es geht weiter mit dem hohen Arm. Ich guck mal, ob ich den Tisch hupen. Für so Händemann. Das ist hier nicht der Limburger Dom, wo man so einen Arm hat. Habe ich mal gelernt. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal.